So, Grüezi miteinander und weiter geht's mit meinem Supermarkt. So, Bubi hat Lust einzuräumen, hat er gerade gesagt. Ich habe es ganz deutlich gehört. So, jetzt kriegt er erstmal den ganzen Arsch voll da rein geschmissen. Kann ja wohl die Zeit aus dem Kerl hier langweilig werden, ne? Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber ist ja so, immerhin bezahle ich den Vollpfosten, ne? Als er da draußen rumstehen und den Weiber nachklotzen, das ist ja, 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 von welchen hier? Am Arsch die Walfe. Jetzt weiß ich ja warum der da draußen steht, der guckt immer den Weiber nach. Oder guckt er den Kerl nach? Man weiß es nicht! Man weiß es nicht! Man weiß es nicht! Er ist hier zum Schaffen! ... ... ... ... ... ... ... Nein, mit dem Graffel. Der hat mal richtig schön was zu tun heute neben. Immerhin haben wir hier 25.000 Päckchen rumfliegen. Und dann haben wir den. Und da auch wieder. Was mache ich dann? Guck, der stellt das immer wieder hinten drauf. Ich möchte mal wissen, wie der das möchte. Ich kann das nicht. Bei mir geht das nicht. Skandal. So, ich glaube der hat für das erste Mal genug zu tun, der Bubi. So, da haben wir noch zwei drin. Ich glaube der ist nicht voll. Das heißt, den stellen wir mal da dazu. So, da hat das doch schon mal was zu tun. So, dann nehmen wir mal Shit House Paper. So, sollte das neue Scheiß Hauspapier wieder kommen, werden wir das definitiv dann in den Ding tun. So, dann schmeißen wir mal da her. Keine Ahnung, ob ich das gebraucht habe oder nicht. Immer wascht. Einfach bestellt. Boah, eine gute Aktion. So, dann schmeißen wir mal da rein. Der war komplett leer. Oh, das ist das Neue. Das kriegt er als Ersatz. Norwegischer Fisch-Seelachs. Oh, bis auf einen hat es gereicht. Das ist ja mal richtig nice. Ja, mit diesen Dingen möchte man natürlich einen Haufen gewinnen. Weil die sind halt sauteuer. So, der Puderzucker ist auch wieder voll. So, fort mit... Schmeißen wir erstmal da rein. Fort mit... Reis. Da rein. Perfekt geschmissen. Oh, noch einer. Für umsonst. Da haben wir schon zweimal Päckchen-Klo-Rolle, um aufzufüllen. Das ist gut. Gut. Ach komm, den kriegt der da ohne rein. Äh... Nö. Na, dann stellen wir ihn da rein. Ach, das ist der da oben. Haben wir. Päckchen-Klo-Rolle. So, der kommt wieder da hin. So, der hat es nötig gehabt. Oh. Jetzt müssen wir mal gucken, haben wir da noch was drinnen, oder? Nein. Hat wieder mal genau gepasst. So. Das ist klein. Der kommt da hin. Kartoffeln. 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 Sind voll. Respekt. Jumie, du weißt Bescheid. Einer auf Ersatz. Jawohl. Gut. Sehr schön. In die Ecke. Und nein, mit dem Graffel. Wodka. Da haben wir auch eine, zwei Flaschen übrig. Kartoffelpüree. Ist voll. Hier, damit. Und da nur so wenig drin. Das ist ja ein Skandal. Das haben wir. Schmeißen wir mal den Hinnerein. Humus. Ja. Der hat es schon noch mal nötig gehabt. Perfekt. Reicht wieder mal. Honeybee. Schmeißen wir mal da her. Puderzucker. Braun. Da her. Wir brauchen Eier. Gut. Eier da mit. Der Käse. Ja. In Ordnung. Der wird unglaublich viel gekauft. Habe ich schon gemerkt. Von da her. Äh. Ist das gar nicht mal so schlecht. Dass da vielleicht mal so. Mehrere übrig sind. Einmal rote Kaffee. Hünkelchen. Ich glaube die waren. Voll. Ja. Also. Einmal Ersatz. Öl. Gut. Daher. Dann, wie immer, der Käse. Bubi hat schon wieder nichts zu tun. Perfekt, da hinten in die Ecke. Das war das Anna-Bier. Da bleibt einiges übrig. Wieso habe ich denn Käse bestellt? Da ist doch noch doch. Oder auch nicht. Hat gepasst. Perfekt. Farinemehl. Einmal hüngliche Butter. Sehr seltsam. Und als guter Letzt das Kopfverschmittel. Alles voll, alles gut, alles auf. Wunderbar. 2416 Euro haben wir. Das ist gut. Gehen wir mal davon aus, dass wieder um die 5.000 bis 6.000 Euro reinkommen. Dann könnte es fast schon reichen. Mit ein bisschen dummen Glück. Wenn wir dann wieder alles eingekauft haben, vielleicht reicht es echt für die neuen Produkte. Da müssen wir dann aber erst einmal abwarten. Was hat denn die da jetzt weggenommen? Was? Ah, die Dinge. Passt schon, passt schon, passt schon. Susu Puderzucker, das habe ich doch da irgendwo rumfliegen. Oder auch nicht, ne? Das ist das kleine Brot. Ist das nicht? Hm. Kein Susu Puderzucker? Salz. Na, da haben wir noch ein paar übrig, da können wir warten, sonst muss ich sie wieder hinschmeißen. Das kleine Brot hat er gerade weggenommen, habe ich gesehen. Können wir gleich mal den einen zumindest schon mal auffüllen. Jetzt hat da einer zwei Stück von den Dinger weggenommen. Das ist der da. Gut. Wieder was wird. Handzeife haben wir. Kopfwaschmitten hat auch noch keiner weg. Ich denke mal, dass wir dieses Bleichmittelgeraffel da bald, bald bestellen dürfen. Sag mal, ich hatte doch da... Oder war der schon wieder leer? Ich glaube, das war der... Ne, das ist der schwarze. Ja, definitiv schwarzer Tee. Da hat er eins jetzt weggenommen. Diese Chips. Hatte ich die nicht doch irgendwo rumfliegen? Ne, das ist Bonbeck. Bonbeck. Zwei Stück. Perfekt. Gut. Was fort ist, ist fort. So, jetzt hat er mal ein bisschen was weg. So, sind jetzt warten. Der hat Kopfwaschmittel. Ja, wir brauchen dieses Bleichmittel. Das hilft alles nichts. Weich, äh, das wird bald draufgehen, habe ich so das Gefühl. Oh ja. Danke dir. So krieg ich mir das Ding wenigstens auch weg. Eins Salz, also da brauchen wir nicht. Guck, da, Bruce Tonell ist wieder da. Wie sieht es mit der Milch aus? Oh, lieber Gott. Schnauze da drüben. Schnauze da drüben. Halibis. Schauen wir mal nach. Da ist mit Sicherheit schon wieder ein bisschen weg, oder? Naja, immerhin. Machen wir so. Der Minometkäs. Ja, das war klar. Der wird ja gekauft, wie blöd. So, mal fehlt doch hier irgendwo noch ein Funsel? Nee. Das ist der normale Öl. Jo, den kann man definitiv mal. Die können wir mal auffüllen. Das sind die Nudeln, ne? Jawohl. Dann, der Kuchen. Gut. Was ist das da hinten? Das ist wahrscheinlich... Nein. Das ist der da. Gut. Die Cola ist doch mit Sicherheit jetzt Öscher. Perfekt. Susu-Brauner Zucker habe ich definitiv. Mehr als genug noch. Jungs, ist das ein gedrängener Nebel. Das ist ja schlimm. Geist. Ja. Immerhin, ne? So. Den können wir jetzt auch reinstellen. Gucken wir mal da hinten bei den zwei, drei Sachen da. Gut. Was ist das? Oh ja. Der hat die Zelt abgenommen. Den hatten wir gerade. Das ist das helle. Ist da noch was drin? Mal gucken. Nein. Ja. Perfekt. So ein Schocki habe ich doch noch irgendwo gehabt, oder? Oh oh. Ich habe keinen Kaffee mehr. Keinen schwarzen. Und es ist 9 Uhr. Das ist scheißen Dreck. Wo ist mein schwarzer Kaffee? Haben wir schon den. Das Brot brauchen wir definitiv. Nehmen wir auch gleich dazu. Kraftungmehl. Nehmen wir dazu. So. Schocki picki. Nehmen wir auch gleich mit. Äh. Der Kupfermüll. Nehmen wir mal nach dem Kartoffelpüree. Halleluja. Ich schlage ganz schön zu heute. Ja, siehst du, 6900, also 7000 werden wir noch hinkriegen. Nehmen wir mal den Reiniger. Und füllen den mal auf. Bis auf Äder, weil der leckt mich doch. Also den Änder hätte der ja einer mitnehmen können. Kaffee Rot. Vorhin habe ich es gesagt, den kaufen können. Jetzt habe ich den Scheiß. Schille. So. Der ist ein Freund, Chris B. Hier. Hier, 7600 hier. Ach, der Pack Eier. Ist auch voll. Gut. Das waren die Nudeln. Die sind voll. Handcreme. Ist furz. Wie sieht es mit dem Käse aus? Ja, ein bisschen. Nicht viel, aber immerhin. So, was ist das für ein Laden? Ist voll. Kopfwaschmittel. Voll. Mal. Diese. Gut. Wir haben 7700, also es ist echt richtig nice. So, das war dann einmal. Perfekt, oder? Ich muss gar nicht erinnern. Ha! Brauchen wir schon nicht bestellen. So. Tee. Brauchen wir auch nicht bestellen. Wodka. Brauchen wir. Aber, Kiste ist leer. Gut. Es wird langsam übersichtlicher daneben. Das müsste doch... Ne, das ist der da hinten. Wo ist denn dann mein? Stark Thunfisch. Fort. Den haben wir. Den haben wir. Da muss doch das jetzt Farine-Mädel sein, oder? Auch nicht. Ich sage mal, das gibt es doch gar nicht. Das sind die Nudeln. Das sind die... Westfisch. Honey Pies. Die ist voll. Was ist das da hinten? Braun sugar. Die ist voll. Die ist voll. brauchen wir auch nicht unbedingt bestellen weil das ist ja ein haufe zeug was da drin liegt also das sind zwölf stück pro reihe also das ist noch mehr als genug als nicht brauchen wir definitiv nicht so machen wir das mal so den habe ich aufgefüllt ne also irgendwie ja ja kappensticks waren voll oder hat gerade so ausgesehen als wenn da einer weg wäre aber anscheinend doch nicht so was man definitiv brauchen sind wir ganz gewaltig von dem bleichmittel da fangen wir mal unten an nehmen wir gleich zwei den anderen mist dieses boom dings bums da 8 shithouse paper wie sieht es aus 1 2 minimum 2 ja dann machen wir erst einmal einen neuen tag ja jetzt haben wir da mal anstehen also was soll's so orange saft geht hoch eier gehen runter 12 690 und was habe ich gesagt orange saft 340 dann bestelle ich das gerade was da jetzt gerade drin war räume das auch gleich einmal ein so 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 habe ich denn eigentlich mitgenommen egal was wir haben haben wir der war wichtig ja könnte man fast noch eins bestellen also entweder hat der kerl das schon aufgefüllt der ist noch am laufen so das hätten wir zumindest schon mal voll schwarzer kaffee hat es ganz nötig so 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 der stellt sich schon wieder hier und beobachtet die frau das war ja jetzt erst einmal nur die erste fuhr was man bestellt habe da kommt natürlich noch ein bisschen mehr dazu das ist klar aber für heute soll es dann erst einmal genügen ich glaube von dem ganzen fisch und gelung und geraffel brauchen wir eigentlich gar nichts bestellen sushi klein haben wir noch mehr als genug das sind acht das sind fast 20 stück alt das reicht alles max hemer von dem hemer genug doch immer genug sushi groß haben wir genug also so viel geben wird das mal nicht aus weil ich das sind ja die dinge aber so teuer sind das einzige was man vielleicht doch bestellen könnte wäre dieser humus du aber naja hatte ich doch nicht nur noch wasser was war es da nicht ich blick doch so ich blick doch gar nicht mehr durch was soll es fakt ist ich bedanke mich für das einschalten und wenn es euch gefallen hat macht einen daumen hoch ansonsten sehen wir uns das nächste mal wieder wenn es dann wieder heißt mein supermarkt ist offen und ich versuche irgendwie mein laden zu vergrößern neue produkte zu kriegen und was der geile was alles für heute soll es aber genügen ich sag tschö mit ö und bis zum nächsten mal ein nein Amen.